...Fans bei Instagram, 80.000 auf YouTube oder zum Beispiel unter 6.000 Fans und Jersey. Oh, ihr kennt sie alle, super. Wir kommen zu gemeinsamen Kinder. Das hier ist ein Ross in der Soziantradie, oder? Ich habe dir heute mit einem Riesen-Thema auf meinem Facebook, Instagram, YouTube, Twitter zum Teil, Snapchat natürlich, die alle sind da, es gab einen ganz großen Fellowschap. Ja, und diesen Fellowship-Fanerabend haben wir gelebt, der hier auf der Tribüne, die alle finden sich. Und wir möchten sie euch vorstellen, wir beginnen mit der Dame im Sprach- und Zylinder. Das ist Damiana und ihr Dan Diario. Guck mal, Leute, Leute, das ist ja klasse. Also, jetzt mal einmal durchforrieren. Oh, guck mal hier, super, wie ein Schatz, dann können wir weitermachen. Ja, Damiana, meine Damen und Herren, 25 Jahre, wie jung ist sie, reingekanniert, im ersten Jahr, seit 15 Jahren, die Einges fährt. Und seitdem ist Damiana stolze Besitzerin des 16-jährigen Bayerischen Palast MDZ, Dian Niro. Guck's mit vier weißen Fäßen. Vorrechte, also den Voskulestand als Sekundär ist, wenn ihr sie von den Munkerwagen schritten und verlockt unter dem fremden arkadaşlar haben, Damiana und Damiro, Dian Niro, so heißt er genau, sie chieben bis hinter 1. Das ist Ressursport auf ganz, ganz hohem Niveau entwickeln und sie konnten die ersten drei Siege in der schweren Klasse feiern. Ja, das ist ja für Lamiana der Weg zum Gott und der Zeichen nicht mehr weit, indem wir wieder alle gemeint haben, Aufrichtung wieder hin. Da bin ich ganz, ganz, bin dabei und verfolgen die beiden über 96.000 Fels auf Instagram. 80.000 auf YouTube und knapp 60.000 auf Facebook. Unglaublich. So macht das Spaß. Und ihr, die auf der Bühne seid, eigentlich bei jedem liegenden Felsen auf Facebook. Oh, 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 oh. Einmal alle durchbarrieren, wie's passiert. Fischi, du willst mal ein paar Minuten, ne? Kein Problem. Fischi macht das. So, jetzt. Fischi macht das. Kein Problem. Fischi hilft dir. Fischi macht das, was ist? Fischi macht das. Fischi macht das. Kein Problem, Volker. Und ganz analog gibt das. Super, danke. Das war Nia und Alpi, richtig? Ja, genau. Mit 60.000 Followern auf YouTube, 12.000 auf Facebook und da sind dann 82.000 begeisternde Fans. Und die wissen, dass du ein richtiger Mensch bist, denn du bist gerade vom Pferd gefallen. Das ist überhaupt nicht schlimm, denn wer nicht vom Pferd fällt, der kann auch nicht halten, meine Damen und Herren. Und das kann sie liegen hier, liegen hier im Alpi. Er ist 11 Jahre, da ist sie ja, sie reitet seit fünf Jahren und hier im Alpi. Ne, seit ihrem drückten und links, ja, reitet sie, und dann hat das noch drei Jahre. So ist es richtig schön, wie kann es der Pesseltreichs Hallen gefunden so? Es ist 8-jährig, es heißt 42 groß und ein wirklich herrliches deutsches Reifold. Ja, Alpi war groß, als er in die Familie kam. Die Mama hat dieses Pony entdeckt und dann ging es so einen richtig klassischen Weg, die frühtischen Kürze und Klasse bis hin zu reifer Wettbewerben. Und inzwischen sind sie schon in Adelssohn und in Häschenlänge und Tollis. Vor allem abgärten Schuss liegt hier dazu, in der Social Media Welt einzusteigen und verschiedene Kanäle mit dem Namen mit mir und Alpi zu eröffnen, um über die gemeinsamen Erkenntnisse mit ihrem Ordi zu berichten. Auf Instagram 82.000, auf YouTube 60.000 und bei Facebook 12.000 Facts. Unglaublich! Anja und Solivo meine Damen und Herren, da setzt die Dame mit dem Weltspiel von Solivo 15-jährig in der Mitte mit dem liegenden Wechseln mit dem Größvorausdick, auch mit hier bei uns im Wohnzimmer der Eritage. Anja ist eine sehr engagierte Größvorausdick und bei Jungen da, soll man ihr normalerweise nie das Alter verraten, aber ihr habt es uns ja aufgeschrieben, dann machen wir das. Sie ist 29 Jahre jung und da Anja nicht die Allergrößte ist, hat sie gesagt, also zu mir passt ein Vorni am aberbesten. Also 80 mit kein Großwert, sondern mit 1,40 Meter großen Solivo. War das erste Vorni, was sie sich in der Leuchtung vorführen und dieses Vorni-Showteam wird hier am Moment noch davon sechste, wo ihr letztes Tag im Katina Stuttgart seht. Dann freut sich natürlich an der Mitgliedschaft auf eure Unterstützung. 118.000 Fans auf Instagram, 360.000 Fans bei YouTube und 40.000 bei Facebook. Das hat sie damals nicht erwartet und das ist jetzt Realität. Ja und ich sehe hier, jetzt sind ganz ganz viele Gäste dabei mit ihrem Handy selbst noch eben schnell ein Like, um ein Video zu machen, um es dann auch gleich auf YouTube zu stellen. Das ist super hier, dass ihr alles organisiert. Lara und Deppel, meine Damen und Herren, das ist eine junge Dame, die Deppel war ein Schreiberwasser, das ist doch aber noch nicht los. Und war er so stunden und neunjährig. Da hat er ihn selbst angekündigt und ausgebildet und alles, was er kann, aber auch was er nicht kann, weil er mit ihr zusammen erlebt. So gehen die beiden jetzt seit neun Jahren einen gemeinsamen Weg. Und er ist praktisch ihr bester Freund, ihr Freund fürs Leben. Und auf Facebook verfolgen die beiden nach 15.000 Begeisterung. Und in diesem Jahr wird für die beiden verletzt, das ein oder andere TV- und Film-Projekt geplant. Und dann haben wir noch, oh, schaut mal hier in der Mitte, das ist Tanja. Bettina steht da hinten ganz in die Ecke gesperrt, aber die ist ja vorhin hineinbekommen. Und immer noch Estella. Estella 10-jährige Mandelusia Stute, sie wird geritten von Tanja. Und am Boden dabei ist immer auf Bettina. Tanjas Mutter hat Estella ja noch vor drei Jahren auf einen breiten Schulbetrieb heraufgebaut. Sie war ein bisschen schwierig und sie hat gesagt, dass man dieses Pferd überhaupt noch reiten kann. Aber, ihr seht ja, reiten, einfach nur reiten und eine gute Beziehung zum Pferden aufbauen. So, das ist es. Und dann, ihr seht, wie Vertrauen sich entwickelt. Und da können selbst andere Fähigkeiten ab mal eben vorbeikommen. Aber sie ist für Estella überhaupt kein Thema. Und Estella ist so nah bei ihrer Ausbilderin, bei Tanja und oder natürlich Bettina. Schaut mal hier, sie fixiert es jetzt auf Tanja. Das ist Vertrauen grenzenlos. Und an diesem Vertrauen haben so viele Teile. Bei Instagram 213.000, auf Facebook über 50.000 und bei YouTube immer 32.000 Fans dabei. Ihr seid großartig. Tja, meine Damen und Herren und Herren und Herren und liebe Freunde. Ihr könnt alle reinten an diesem Schaubild heute auch auf der sogenannten Webstar. Und was tauscht ihr dann aus? Weil die Gemeinden, die hinterfragen haben, wie ich erlebte diese. Weil jeder kennt ja auch die Frage, wo es der Journalistik gut bleibt. Und dass man dann einfach... Wo ist denn so ein Video? Das heißt, ihr gut arbeitet mit Estella hat vielleicht ein besonderes Erlebnis oder ein besonderes Problem. Hier sind ja auch immer Menschen wie wir. Die haben mal gute Laune, haben schlechte Laune. Und dann kriegt ihr auch Tipps von euren Zollowern. Versucht es doch mal so oder versucht es mal so. Manchmal. Aber wir machen uns eigentlich, wenn das natürlich am Umsatzweg, wenn wir zum Beispiel für uns Zeitlehrerin haben, und dann sagen wir, wie ich es mache, und dann arbeiten wir miteinander. Aber es muss wahrscheinlich noch mal ein Schipz sein, dass die Leute nicht aufreißen. Könnte man mit Just Allity auf Facebook, auf Instagram oder, das ist bei YouTube, Follower dieser Mädels sind, einmal aufstehen, ich will das mal einmal sehen. Könnt ihr mal aufstehen? Ihr seid alle auf Facebook, Instagram, YouTube dabei. Das sind nur die Webstar. Ich glaube, es war eben Bestes Center Best. Bestes Center Best. Wolltet ihr uns noch was sagen? Ja, also es ist echt ein Dauggeschichte, oder eine Dawelle, und wer das nie erwartet, also noch mal persönlich mit dir. Vielen Dank an alle, für die Leidenschaft uns auflesen. Ja, das ist unser Daugeschichte. Wenn man ein Daugeschichte hat, wenn man ein Daugeschichte hat, das ist ein Daugeschichte. Das ist doch toll, ne? Das ist doch eigentlich besser wie jeder Kerl, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich bin geflasht. Ich habe ja schon ein Problem, Instagram auszusprechen. Ich meine, die Leidenschaft ist ja vor zwei Jahren höher als ich, ist das ja alles selbstverständlich, aber es ist unglaublich, oder? Es ist unglaublich, und ich glaube, die nächste Fälle wollen wir auf Snapchat aufschauen. Aha. Das ist das nächste Ding. Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Kennst du Snapchat? Natürlich kenn ich es schon, aber ich benutze es selber gar nicht. Noch nicht? Noch nicht. So, wisst ihr, das ist das Schatznetz, ist so früh überhaupt ungebrochen. Weil eigentlich, die Fälle ist eigentlich schon wieder vorbei. Ach. Und du hast sie gerade angehört. Ich bin gerade noch gewöhnt. Ich weiß jetzt, wie man das Buch schreibt, und ich weiß, wie der Knopf wird es noch nachmachen. So. Jetzt haben wir den Hals neben, selbst ausgezogen, alles ist gut. Wir könnten ja jetzt Folgendes machen, wir könnten alle Fans in die Bahn bitten, das wäre zu kurz, aber das machen wir auch nicht. Also, super. Das sind die Stars, meine Damen und Herren. Der Social Media. Und ich habe ja gemeinsam eine Abschlussrunde heimstudiert, und dann geht es über die Diagonale. nach der Ganze. Tania und die Dian Mio. Tania und Solido. Laha und Dene. Tania, Bettina und Estela. Und nächste Konjunktion. Tria und Alti. Danke. Tschö. Tania und Schreie. Diogo. Laha und Dene. Az. Vielen Dank für's Zuschauen.